Hallo Leute, heute spielen wir Gun Club VR. Also es ist ein neues Spiel für mich und halt, ja, ich habe schon ein bisschen gespielt und ja. Ja, ich kann schon wieder rauskommen. Also da, immer mal verschwissen. Ich kann diegel und dann. Ich habe es nicht bekommen und habe mir eine SPG gekauft. Ich habe eine genau gleiche bei mir zu Hause, aber nicht eine echte Waffe. Keine Ahnung. Und halt, ähm, da, wenn ihr seht. Ja, ähm, es ist so wie eine Airsoftware. Wo habe ich daheim? Da. So. Ja, ähm, dort sind Waffen und ich spiele meistens mit, mit diesen Dingen. Sie ist die beste von hier. Ich habe fast am meisten Eim. Das hat so gute Qualität. Also wir gehen jetzt hier in Warehouse. Nachher geht's in Sandbox, dann werden wir sehen. Upgrades, äh. Da. Upgrades, das ist das. Da. Ich kann hier, ähm, Magazin. Was ist das. Das sind Sie? Das sind Sie? Ich bin ich. Der hat mir gesagt, dass das ist. Da wäre es voilà. Da wäre ich. Der haben wir hier im Dazur. Als auch. Was soll ich sagen? Safety. Ja, ich habe noch nicht genug Geld. Es hat etwas mit 7.000. Ihr habt doch gesehen. Nein, nein, nicht 7.000. So. 3, 2, 1, Engage. Hallo? Ah. So. Stage clear. Das ist der Timer. Ach. 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 Dann machen wir es wieder und dann ja. 3, 2, 1, Engage. Das ist der Magazin, wo hier unten steht. Ja, Mann. Ich habe genug Geld. Und dann haben Sie so zu spät, es war mit 3, 2, 1, red. Ich kann das nicht kaufen. Was ich wieder machen? Ich kann das nicht wegnehmen. Perfekt! Spannungsgericht! Ja, ich muss viel. Ich kann es einfach sein in der Box. Ja, da, wenn wir hier gehen. Ja. Ja, die. Ja, nicht. Diese Dinge. Jetzt gehen wir da. So, um. Aber die. Das ist was mir gefällt. Ja, die ist besser. Nein, geht's gut. Uuuuuh. Sieht geil aus. Pharma, du schießt auch 0-3. Oh, okay. Boah. 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 Das ist so. Können wir auch den Appartieren? Das war's für heute. 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 Wir gehen jetzt bei Pistolen. Ja, Glock 17 und Glock 18. Ich bin so behindert. Das war's für heute. Das war's für heute. Das. Das. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, gut, gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein. Das war's für heute. 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 Okay. Zeit zu Waffen modifizieren. Nein! Geh weg! Ich habe mich nicht ausprobiert. Ich habe mich nicht ausprobiert. Ich habe mich nicht ausprobiert. Oh, Yellow Boy Special! Ich habe mich nicht ausprobiert. Das ist ein G-O-Sniper. Boom. Ich habe mich nicht ausprobiert. Wow, ich habe mich nicht ausprobiert. Ich habe mich nicht ausprobiert. Ich habe mich nicht ausprobiert. Das ist viel klar. Es wird kaputt. Die ist kaputt Hä? Die ist doch kaputt Wacht hier Die ist doch kaputt Warum ist die hier kaputt? Die? Die hat Grafix verloren Die auch Und nein, ich bin jetzt ein Linkshändler Ich mach das gar nicht so gut Der wird schon mal eins, aber das ist okay Aber die Scopes sind amarsch Schade Storm, es hat doch eine goldige Tiegel Okay Ja, das war's, du bist Hasta da Nicht nur das, sondern das auch Garmochen ist jetzt nachts Da, da Ah, ein Schrotenblindenmagazin Und noch die Da, da, da... Da, da... Oh, man, ich war's Oh, man, ich war's Was ist denn da? Das ist meine Waffe. Meine Schlotflinte sogar. Ich weiß nicht, ob ich meine Sonne oder Flinteflider habe. Safety. Da, die. Die ist auch cool. Nein, nein, da kann man den hinten zum Teil sehen. Aber sie ist nicht hier. Stops. Ich bin der Dals. 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 Das ist unglaublich. Nichts. Noch nichts. Egal, wir schützen nicht, dass ich überhaupt voll einfach... Nichts. also die schlussflinken aber das beste hier ist die smgs ich spiele zu roblox und die smg habe ich abgegründet aber richtig so weg ist meine lieblingswaffe aber die kann ich richtig gut abreden das habe ich raus gehabt jetzt gehe ich bei magazines dann war es der hier der hier nein 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 es ist nicht hier ich habe diesen oppressor gehabt Das ist ein Suppressor, oder was das heißt? Ja. Und dann bei Scoops habe ich dieser gehabt. Dieser, dieser, dieser. Das ist okay. So können wir es so waren und dann haben wir... Dann habe ich noch irgendetwas angetan. Ein Leder. So. Und sonst, dann, ich muss dann mehrere Schaden geben. Aber das ist ausgenommen und schießen einfach. Das da, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das hier, hier hin tun. Mann. Hier, hier. Das war's für heute. Ah, ich habe ihn! Gut. Nee. So. Der Oster da ist schon mal mein Lieblings. Keiner Ja, okay. Okay, ciao Leute, ich gehe jetzt auf und ja, ich hoffe, ihr habt, also euch hat das Video gefreut. Und wenn ihr subscribt, vergesst nicht die Glocke aktivieren und liked das Video. Und schreibt euren Kommentar rein. Einen Kommentar rein.